Yo Leute, Willkommen zurück zu Fatal Bullet und wir quatschen mal mit Premiere, die aus dem anderen SAO spielt Kirito. Ja? 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 Du bist Filia, sag ich doch Agro hat hier diese komischen Streifen Im Gesicht und auch glatte Haare Und so eine komische Kapuze auf Ähm Okay 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 Ja bei meinem Glück auf jeden Fall Okay Ja auch das Möglich Aber Wo um alles in der Welt Versteckt sich Agro Das ist doch die kurze Die Informationsthuse, oder? Ja, hi Ja Ach nee Ja, bla 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 So Wo ist die denn? Okay Okay Du bist auch nicht Agro Wer bist du denn? Okay 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 Hallöchen Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich weiß es nicht Da Da muss ich hin Könnte auch sein, dass es da unten ist Wahrscheinlich ist da unten Ach komm Ich kann da nicht mal drüber springen Schweinerei Sowas Ja Ja Genau so Hatte ich die in Erinnerung Echt, die hatte keine glatten Haare? Ja Es ist klar Okay. 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 Habe ich. Oh Gott. Ja, ist gut. Mit wie vielen Leuten muss ich denn noch quatschen, ey? Uhhh Ah. Uhhh Ja. Nimmst du mich mit? Äh, ja, für sowas habe ich jetzt Zeit verschwendet, ja, mach ich. Ich muss nicht heilversüchtig werden. Boah, ich schwöre es euch, gleich lösche ich das Spiel wieder, ey. Arschlecken! Also ich bin ja wirklich ein Fan von Rollenspielen, auch mit vernünftig Story dahinter. Halt jetzt mal die Schnauze, Kirito. Also ich bin wirklich ein Fan von sowas. Aber ganz ehrlich, es muss nicht sein, dass man in den ersten zwei Stunden wirklich außer so ein bisschen rumtutorial gehopse, äh, nix machen muss. Aber es muss wirklich nicht sein. Also es ist wirklich ein ganz, ganz schlechter, äh, ein ganz, ganz schlechtes Verhältnis. Möchte ich nur mal eben angemerkt haben. Äh, mit meinem Level halte ich dich auf. Und das werden sie auch tun müssen. Äh, na ja. Ja, 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 ja. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Okay. Danke, ich gebe mein Bestes. Ja. Okay. Okay. Haben wir es jetzt. Ja. Kann ich jetzt endlich mal raus und ein bisschen rumballern. raus. Okay. Ja. Ja. Boah. Ich drehe ja. Was? Wer ist das denn jetzt schon wieder? Ja. Die kann ich mich nicht erinnern. Ja. 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 All right. Ja. Äh... Aha. Ja, sie können mir aber wahrscheinlich nicht mal eine Waffen updaten. Ja. Ja. Ja, bla, bla. Gott im Himmel. Danke für die Warnung. Ja. 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 Ja, Maigo, ich bin der Freunde von Mastern. Ich bin der Mann, die ich von Mastern. Ich bin der Mann, der Mann, der Mann. Ich bin der Mann, der Mann. Ich bin der Mann, Mastern. Das ist gut. Sie sind zwei Arschlösen. Ja, ist klar. Okay. Ja. Okay, tschüss. Kann ich jetzt questen gehen? Bitte. Ich könnte kotzen. Ich könnte wirklich kotzen. Also ich bin gerade wirklich kurz davor, einfach zu sagen, wisst ihr was? Ich skippe das jetzt einfach alles durch und nehme erst wieder auf, wenn ich wirklich questen kann. Gott im Himmel, ist das ätzend. Du bekommst eine Streichel-Einheit. Ja. 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 Oh, das war so. Das war so. Nach dem Zeitpunkt, ich bin in der Zeit, und ich war immer noch mit dem Master. Wenn ich nicht mehr, dann bin ich einfach so. Master, ich kann es auch mit einem Missile, und kann es auch mit einem Flugzeug oder einem Flugzeug werden. Das ist vielleicht nicht so. Okay, das ist der Aphasis-Quest. Okay. Okay. Ja. Können wir die Quest dann jetzt mal so erledigen und rausgehen? Oh mein Gott. Das klingt... Ach, ich kann rausgehen. Geh weg. Bitte kein Event jetzt. Ein großer, stabiler Helm. Stahlhelm. Boah, die Typen sind ja mega. Entweder sie sind viel zu schnell weg oder... Ja. So wie der jetzt gerade. Zum Beispiel. So, das heißt... Das heißt, muss ich da wirklich jedes Mal wieder hochlatschen? Das wäre echt ätzend. So. Okay. Aber... Es sieht so aus... Es sieht zumindest so aus... Als ob ich... Jetzt... Endlich... Mal... Was machen kann. Ich meine, ich bin mir sicher, ich werde ja trotzdem noch mal tausende Erklärungen kriegen. Aber man muss sich halt wirklich vorstellen. Das Ganze... Hat ja zwei Stunden ungefähr gedauert. Ähm... Bis ich hier endlich mal was machen konnte. Und... Das ist zu viel. Ganz einfach. Okay. Wenn das einfach nur... Also Jagdquests kann man... Kann man einfach annehmen. Okay. Okay, das sind aber alles die gleichen. Okay. Okay, was ist das? Okay, das sind Granaten. Äh... Auch hier habe ich immer noch das Problem zu teuer alles, ne? Und ich brauche ja auch noch Munition dafür. Scharfschützenjacke... F... Ähm... Ähm... Ne... Ich hätte gerne mal... So... Irgendwie... Die... Die Dingens... Bummens... Die... Werte davon. Ja... Gibt es? Ganz unten Waffen für 100? Ne, leider nicht. Oh, doch, gibt es. Ja... Aber das ist alles nichts, was ich... Gerne hätte. Das ist ein bisschen gemein. Äh... Äh... Du bist auch im Waffenladen. Okay. Da bringt mir das alles nichts. Gut, raus. Kloppen. Ganz einfach. Ich möchte... Dahin. Kampfjacke M. Eine äußerst vielseitige Kampfjacke für Männer. So. Vielleicht was Blödsinn, ein anderes Geschlecht zu nehmen für... Äh... Man verdient Erfahrungspunkte durch den Sieg über Gegner, wenn du nahe davon... Gesammelt... Wenn du genug davon gesammelt hast... Und zur SPC Glocken zurückkehrst... Blablabla... Schnellreise, wenn du... Aha... Okay. Gott im Himmel, wir können... Endlich mal was machen. Ich bin fast... Begeistert. So. Hallöchen. So. Und zack. Und... Zack. Pass mal einen Moment. Äh... Hi. So. Hi. Okay. Okay. Leider. So. Einmal in Deckung. Da... Bin ich doch schon wieder. Okay. Ja. Ist... Boah. Voll den Herder gegeben. Ja. Okay. Erstmal nachladen. Ne. Der hat ein Sturmgewehr. Okay. Die... Wimst einfach mit dem Raketenwerfer drauf. Gutes. Irgendwo dahinten... Irgendwo dahinten... War... Ein Scharfschützer. So. Zack. Zack. Runter mit dir. Hi. Okay. Ja. Ja. Ist okay. Ja. Okay. Das müsste der Gebietsboss sein. Hoffe ich mal. Oh. Äh. Bist du dir sicher, dass du da einfach stehen bleiben möchtest? Okay. Hi. Okay. 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 Erstmal den da hinten. Erstmal schön flankieren. Und... Jetzt aber. Hallöchen. Okay. Einmal nachladen. Ja. Ich hab's gesehen, dass da einer über mir ist. Oh. Das ist nicht nur einer. Wow. Okay. Ja. Verleb mich wieder. Okay. Okay. Ich liege da wohl so beschissen. Dass die gerade Probleme damit hat. Mich... Mich wieder aufzuhaben. Was? Wo ist mein A-Fastis? Okay. Okay. Taktische Rolle. Äh. Ja. Wenn ich jetzt wüsste... Wo mein A-Fastis ist. Äh. Ja. Ja. Was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt? Äh. Hä? Okay. Okay. Irgendwie stimmt doch was nicht. Ich müsste doch zumindest mal das Menü aufrufen können. Ich müsste doch zumindest mal das Menü aufrufen können. Weil... Hier das Ding... Entweder ich halt Escape gedrückt. Oder halt nicht. Ah. Okay. So. Äh. Okay. Habe ich jetzt alles verloren, was ich... Eingesammelt habe? So. Zack. Äh. Muss ich jetzt alles von vorne machen? Oder... Oder... Wie um alles in der Welt komme ich... Ins Menü? Ja. Erledigt. Aber ich glaube... Ich müsste das Level noch haben. Weil die Munition habe ich glaube ich... Immer noch verschwendet. So. Okay. Erledigt. Erledigt. Okay. Kann ich irgendwie das Equip wechseln jetzt? Weg da. Okay. Die haben also... Perfektes Aiming. Kann ich mich irgendwie... Ja, kann ich. Von wo? Oh. Jawoll, ey. Okay, komm, komm, komm. Hebe mich auf, hebe mich auf, hebe mich auf, hebe mich auf. Ich sehe dich. Hi! Oh, hi! Ich sehe dich! Hi! Oh, hi! Okay Wo sehe ich eigentlich meine Leben? Sind das die unter der Munitionserzeige? Könnte sein, ne? What The Fuck, Alter So, einfach mal hier rein Weil Hier kann maximal eins von den Viechern rein So, hi Okay, Moment Da ist aber leider Da stehen noch Gegner So, zack Hi Äh Okay Moment Okay, warte Erst einmal Möchte ich diese blöde Biene Hier loswerden Okay What the shit Mach hier Okay Okay Wir gehen einfach mal zurück Würde ich sagen Okay Gut Endlich können wir mal questen Ich werde mal gucken Ob ich irgendwie Ähm Die Waffen jetzt wechseln kann Wenn ich zurückgehe Und ich muss mal gucken Warum Äh Die kurze mir nicht folgt Ich weiß es nicht Aber Das kriegen wir auch noch hin So Also Leute Wenn es euch hier vorne hat Liked lassen Wird mich auf jeden Fall freuen Und Wir sehen uns das nächste Mal wieder Bei Fatal Bullet Hauts rein Bis dahin Ciao 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 Ciao